Hallo, herzlich willkommen bei Erikas Selbstmacht. Ostern steht vor der Tür und da gehört traditionell ein Osterlamm dazu. Ich möchte es heute gern backen, aber mit der besten Zutat der Welt, mit Eierlikör. Und die Zubereitung und die Zutaten, die zeige ich euch jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken vom Osterlamm und wünsche euch und euren Familien frohe Ostern. Wenn euch das Video gefallen hat, darf es mich freuen, dass ihr mir einen netten Kommentar hinterlasst oder einen Daumen hoch. Und damit ihr nie mehr was verpasst, abonniert meinen Kanal. Das darf mich echt freuen. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus! Frohe Ostern!